Weihnachtszeit ist Glühweinzeit, beziehungsweise in Großbritannien Eggnog-Zeit. 7419 alkoholbedingte Unfälle verzeichnete der britische Schienennetzbetreiber Network Rail in der Saison 2016-2017. Überdurchschnittliche 16% davon passierten an den Feiertagen. Zur Erinnerung daran und als Warnung veröffentlichte das Unternehmen nun Bilder seiner Sicherheitskameras. Auch wenn Züge die sicherste Art seien, herumzukommen, so der Schienennetzbetreiber in einer Mitteilung, müssten Passagiere und Anwohner doch auch wissen, dass es ein gefährlicher Ort sein könne.